Heutzutage glauben nicht mehr viele an Geister, auch wenn das früher einmal anders war. Also bei mir ist es angenehm, weil ich... Oh! Hat sich schon jemand erschreckt? Guck mal, hier sind die ganzen Versionsinfos und alles. Der erste Erfolg ist einfach für das Film des Erfolgsraums. Ja, das sind übrigens alle Erfolge, die du heute machen musst. Und hier oben gibt es glaube ich noch, wenn ich mich recht entsinne, noch Erfolge von der neuen Version dann. Das ist wie gesagt hier, das ist oben und das ist unten. Rot heißt, du warst in dem Zimmer noch nicht. Steht da ja auch. Null, ne? Ich hab nicht mal Arschhaare, meine Lieben. Das war ein Witz. Das ist eine Endstufe, man drückt da drauf. Das muss man nicht verstehen. Tja, da geht mir wohl ein Lichtlein auf, hm? Was denn? Ich muss auch im Spiel scheißen platt sein. Es geht doch nicht. Mal gucken, wie viele ich finde. Das ist echt eine arrogante Art auf den Tag gelegt in diesem Spiel. Ja, zum Teufel. Ich dachte, du erschreckst dich. Das war mein erster Jump-Scare. Das ist quasi das Ort 1. Wenn ich mich berühre, bin ich kurzzeitig in einer Art Trance. Wenn ich ihn dann noch einmal berühre, bin ich wieder zurück. Genau. Dann lässt sich das noch... Sehr schön. Ne, also grundsätzlich, damit brichst du den Level ab, kannst dann halt wieder aussuchen, da Omas Haus ist quasi dabei den ersten Punkt. Und wenn du dich aber verklickt hast, kannst du nochmal auf den Orb drücken, der dann in dein Menü ist und bist wieder zurück da, wo du eben warst. Wo ist noch ein Jump-Scare? Wo ist noch ein Jump-Scare? Ach ja. Was ist da? Ein Schaden, der wirkt mit mir. Das sieht man noch gar nicht, ne? Das Haus ist auch hübsch. Das sind voll die... Das sind voll die Animationen, ne? Ich habe den Airbag mit Paint gemacht. Was? Hat sie was gesagt? Die sind voll die Die sind voll die Aber ich erinnere mich. Also ey. Nicht vor all den Leuten. Nein, ich muss auch jetzt hinlachen. Ich muss mein eigenes Spiel ernst nehmen. Mut auch endlich. Ja, hier wird es auch gut. Oh, das habe ich jetzt nicht mehr gewusst, dass ich dann doch mit ihm gepackt habe. Tschüss. Jeff the Killer, ne? Boah, nach dieser... Ich glaube, da ist nicht mehr viel zu retten, was? Also, als selbstprogrammiertes Spiel ist es gar nicht so schlecht. Danke! Danke! Ich hau euch alle. Mann! Böse! Ah, Rick, wenn's herrlich. Ich bin da einfach sowas nicht gewohnt. Es ist schön. Guck mal, da ist sie. Oh mein Gott. Guck mal, man kann sogar... Ich erinnere mich noch. Darum hat sie sich aufgeregt. Dass ich das eingebaut habe. Verstehe ich gar nicht, dass sie das geärgert hat. Naja... Ich konnte nicht schlafen. Warum auch immer. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwann hast du hier auch irgendwelche... Verstehst du auch nicht, warum sie mir da böse war? Absolut nicht. Schon irgendwie. Oh Gott. Nicht, dass schon alles sonst auch nicht schon seltsam genug wäre. Hä? Schon in Ordnung. Das solltest du zu Blizzard schicken. Oh, bitte. Oh Mann. Auch wenn man wieder nicht schlafen werden will. Wenn man erst mal eins ist. Oh Mann. Ich geh gleich ins Bett. Es schadet sie bei mir nach. Warum tust du das? Oh mein Gott. Dreh sie gerade im Grabe um. Ja. Ich... Du bist doch gemein. Hier wohne ich. Unter mir wohnt meine Großmutter. Mitten in der Nacht überkommt mich ein spukiges Gefühl. Großmutter wird in dessen auch ein paar Aufgaben für mich haben. Das sind die Level... Lass sie... Lass sie... Warum tust du das? Voll der dämonische Lachen, Alter. Das hast du mir doch schon mal vorgespielt. Ja, das ist der Dämonic Walls von Black Butler. Das stimmt. Genau. Das hab ich dir schon mal gezeigt. Wie kannst du nur? Hat ja schon damals so viel bei Amazon bestellt. War das aber was? Was da war? Er glaubt, sie ist schlimmer als sie da ist an diesem Moment. Oh mein Gott. Das war ein bisschen effektiver, als ich es mir gewünscht hätte. Also für meine damaligen Verhältnisse fand ich das alles total schwer zu machen. Genau. Ich musste es ja irgendwie so platzieren, dass es niemand findet, aus Versehen. Und das findet doch wohl niemand. Und schon wieder hab ich die Melodie geklaut. Ich weiß. Alle Level verknüpfen, was der billig gerade kann. Alle Geistesakten freigeschaltet. Warum nicht? Cheat-Button im Menü? Nö, das brauch ich nicht. Wobei, warum nicht? Alle Folgen freigeschaltet finde ich ein bisschen billig. Sonderlevel starten? Was war das denn noch für'n Kram? Ach, man hat hier sogar... Da... Mogelpackung kriegt man, wenn man gesheetet hat. Dann kriegst du die Mogelpackung. So, Erfolgsraum war doch... Genau. Man hat schon so viel jetzt gekriegt, weil natürlich durch die Erfolge jetzt die Level freigeschaltet sind und sowas, ne? So. Ich möchte nur... Ich muss da auch noch mal sehen... Oha, wie ich die Dunkelheit liebe! Könnte man das alles da machen? Oh Mann! Ich hab' mich so bepisst, als ich diesen Effekt programmiert habe, ne? Ich hab' mich so bepisst! Ich... Ich hab' mich so... Ich hab' mich bestimmt eine Stunde lang bepisst! Ich hab' mich so bepisst! Hier wird Wäsche gewaschen. Ja, doch hin und wieder. Man muss zwar manchmal wochenlang warten, aber... Äh... Ich glaube... Es gibt so einige Charaktere, die ich jetzt gerne einschauen habe. Ich kann mich nicht aus dem Pulten halten! Ich... Ich versteh' das gar nicht! So? Gesehen? Was denn?! Ich hab' eigentlich nur so'n schwarzen Sentai-Suit angezogen, da drüber einfach so'n Mantel. So? Gesehen? Der Maler weiß nicht! Sofett! Ja! Ja! Wir haben Scheißen! Das ist weiter, eh! Und kein Geil! Es ist wieder alles in Ordnung, hoffe ich! Alkohol muss echt nicht... Sie ist... Sie ist vielleicht... War das nur... Es ist gruselig! Ja, dann mach das Grusen, Digga! Ich weiß echt nicht, was... So? Ja! Ja! Jetzt auch noch so! Genau! Es war die Böse, Digga! Diese Effekte! Hollywood Reif! Das war für mich damals, ne? Als ich angefangen habe... Hollywood Reif! Nein, ich meine eigentlich was ganz anderes! So... Mehr was Gruseligeres! Wobei das wahrscheinlich gruselig genug ist! Nein! Ja! Kannst du... Also... Kannst du dir mittlerweile... Also... Ja! Sehr effektvoll! Na, Marie! Sie hat sich so... Ah! Versteck gehalten! Das muss ich finden! Was für böse Leute! So amateur... Na dann... Testen wir doch mal! Wie schnell du das findest, was ich angebe! OBSCN Ah! Ari! Ah! C! Ah! Ah! ā! Ah! Khoff! Ah! Ah! C! Ah! Ah! P! Was? Geh阿! Für Duose, also wir müssen es nirgen. Du gibst dich auch mal zu nirgen, nur wir wechseln. Fünf, Zwei, Sechs, Zwei, Acht, Sieben, Null, Kloos Maaal Prozent V J O Y Fack, bin ich bescheuert? Nein D Nein U U Fack, nein, ich hatte es fast, ich habe es doch gerade gehabt Ich warte einfach bis die Zeit um ist Das wird ja immer enger, ne? Die Pfeiler sind V J O Y Nein Man kann sich so scheiße konzentrieren T N Nein U H Nein Scheiße, aber wir wissen jetzt nicht V O X Nein T Nein 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 Boah E E E E L Was will die? Was? Hat sie F gesagt? L Und vor allem, es gibt noch einen Und vor allem, es gibt noch einen Reaktionsgott Das ist doch was für mich, ne? Teufel Kresse König Kopfhörer Kupf Mee B Mann, voll wie schlimm hast du es gesehen? Das dauert keine Sekunde mehr T Ja, Mann Teufel Kresse König Kupf Mee B Laptop Was? Laptop Ach Teufel Kresse König Kupf B B Laptop L Was? Das kannst du doch, das ist doch unmöglich, oder? Das ist doch unmöglich, sag mal Ach, dann sagst du das richtig Du versuchst du es noch einmal Was muss ich denn machen? Reaktionsforschung Einfach so Teufel Kresse König Kupf Mee B Laptop L L Lach L Teufel Kresse Ich, ähm Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber er hat dieses Spiel gehasst Hat Zerv das gespielt? Ich glaube nicht, aber so schnell kann ich mit einem Furzen vor Lachen Das ist, äh, das ist sehr schön Zart im Schmelz und süffig im Abgang, ne? Ja Dieses Spiel ist mit Vorsicht zu geben Mit 7 Huren-Menschen-Tor-Zone Gibt es auch Wesen, Menschenrein-Kreis-Tor-Zone Uuuuuhh Ja Mh 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 Yeah Mh 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 Kräste König Kopfhörer, genau. Was? So lange kann ich da nicht gucken, da wird man ja doof. Aber ich glaube, das ist heute noch ein erstes Demo-Play. Also die Oma. Da wollte ich den Lütten erschrecken, das war eigentlich mein ursprünglicher Gedanke und stattdessen lacht sich hier halb Deutschland tot. Und wie leise du das hast, kein Wunder, dass du dich nie erschreckst, du Sack. Weißt du, der hat das hier so leise, sonst hätte der sich alle nur die Lautstärke erschrocken, die ich da teilweise draufgesetzt habe. Aber eher so, man hört fast nichts. Kein Wunder, dass der nur am Kichern ist, wenn er nichts hört und nur sieht. Oh, da sind sogar die Alpha-Tester noch eingeglendet. Terror-Krümel. Was? Ja, ich hab's mir schon gedacht, du Sack. Da-da-da-da. Vielen Dank. Vielen Dank dieser Bespiel ist zum Download. Ihr wisst ja jetzt, wie man cheaten kann Alpha, Omega, T Aufs Kreuzdruck und dann geht alles Also falls ich da zu doof programmiert habe Vielen Dank Es ist, also ich hab mich gerade so gekugelt Es ist schon traurig, dass ich Selbst etwas schaffe, was mich So ins Lachen bringt, wie glaube ich noch Nichts in meinem Leben das geschafft hat Es ist irgendwo traurig, dass das Was eigenes sein muss, dass es mich so zum Lachen Bringt, dass ich sterbe Ähm Gute Nacht Ich hoffe, es hat dir ein wenig Gefallen heute Mit welcher Stunde, mit welcher Farbe Von der Stunde her, wie wir das letzte Mal In diesem Gebiet waren, was da jetzt eine bestimmte Farbe hat Selbst da kann ich nicht ernst sein Content Patch Ja, das waren die Vorschauen, mit denen ich da gearbeitet habe Boah, da krieg ich Gänsehaut Ja było in Kind Ja genauso, wie guess ich bin Ja das war Ich bin